Horido und Weidmannsheil. Ja, genau hier zwischen den beiden Folgen kam der Rückruf, der Backcall rein. Ich gehe jetzt mal rückwärts zurück. Ich möchte hier wieder möglichst irgendwo zwischen die Bäumchen... Oh, hier haben wir auch noch einen Pilz. Sammeln wir erstmal ihn ein. Ah, da sind wir auch hochgeraten, hatten die Wirbelsäule getroffen, deswegen war er nicht gleich verendet. Ähm, so. Na. Ich gehe mal aus dem Weg. Den Pilz wollen wir noch haben, den Steinpilz. So, ich würde sagen, ich gehe dann wieder möglichst hier oben hin. Hier haben wir auch noch eine Spur von einem anderen Elch und ich setze nochmal einen weiteren Call. Damit sie auch auf jeden Fall zu uns kommt. Und ja, wie gesagt, der Baum hier war ein schöner Platz. Da hatten wir ja richtig gute Tarnung. Ich habe das gerne auch, dass ich dann so einen Baum im Rücken habe. Wenn man jetzt irgendwo zwischen den Bäumen so aufrecht kniet, fällt man zwar aufgrund der Tarntleitung auch nicht direkt auf, aber... Ähm, wo? Das hat sich... Von links. Das ist ein Elch. Das ist ein Elch, aber das sah fast so aus, als wäre er am Weggehen. Das war auf jeden Fall ein männliches Exemplar. Sah dann aber doch sehr hektisch aus, wie es weg ist. Das haben wir wohl einfach nur zu spät gesehen, zu spät gehört. Vielleicht sogar aufgrund des Elch-Calls, den wir hier ja auch gesetzt hatten für die Mädels. Da ist sie. Ich setze auch mal eine Markierung drauf, eben mit der Maustaste. Sicher ist sicher. Dann wissen wir, da können wir auf jeden Fall schon mal suchen nach einer Spur, falls es zu einer Nachsuche kommt. Das ist so der Grund, warum ich gerne zwischendurch auch mal Tiere dann markiere. 30 Meter wäre ja schon fast ausreichend, aber ein bisschen aus dieser Senke raus. Kann sie ruhig mal noch kommen. Ähm, gehe schon gleich. Ja, komm, ich gehe schon gleich auf den Bogen. Denn der Griff zur Waffe, der kann manchmal auch ein bisschen Krach machen und kann dann dafür sorgen, dass so ein Tier dann doch auch abhaut. Und das war er wieder und diesmal hat er uns aber vermutlich wirklich mitbekommen. Er ist also nochmal gedreht, kam nochmal zurück, ist ja vielleicht sogar auch auf den Call zurückgekommen von den Weißwedel, den wir gemacht haben. Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall dann mal in die Ecke schauen, ob wir denn da irgendeine Spur finden. Und ja, gegebenenfalls können wir ihn ein bisschen verfolgen. Hier in der Ecke haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug geschossen, dass wir uns mal wieder weiter bewegen können. Oh, da sind wir schon wieder Wirbelsäule. Also ich verschätze mich teilweise auf der Entfernung doch mal noch ein bisschen. So, und jetzt haben wir einmal mit der Armbrust, haben also noch neun Pfeile da übrig. Und hier haben wir schon sechsmal, da haben wir nur noch vier Pfeile übrig. Aber ich habe jeweils 20 Pfeile nochmal im Rucksack drin. Also insgesamt 30 Pfeile für die Armbrust und 30 Pfeile für den Bogen dabei gehabt. So, da können wir mal schauen. Da haben wir auch wieder Weißwedelweibchen gehört. Ob wir da was finden. Hier haben wir aber auf jeden Fall erstmal die Spur vom Elch flüchtend. Ja, diesmal hat er uns dann wirklich mitbekommen, ist geflüchtet. Der Vorteil ist, Elche flüchten eben nicht ganz so weit. Generell habe ich das Gefühl, dass gerade große Tiere nicht ganz so weit flüchten. Wobei andererseits, naja, Bären sind ja auch große Tiere, die flüchten. Aber durchaus, aber auch nicht immer. Aber manchmal kommt es vor, dass die dann auch richtig weit weg flüchten. Manchmal sind die auch nach wenigen Metern schon wieder beruhigt. Also vielleicht, je größer das Tier ist, dass die sich durch die Größe ein bisschen sicherer fühlen. Und dadurch dann einfach auch früher die Flucht wieder aufgeben und sagen, Och, was soll mir denn passieren? Bin ja nur geflüchtet, weil der Jäger so schrecklich aussah. So schrecklich, schrecklich. So, hat die uns schon gesehen? Sie guckt auf jeden Fall in unsere Richtung. Deswegen lege ich mich jetzt... Nein! Ich wollte die Armbrust und liegen. 42 Meter ist für Armbrust noch möglich. Mit dem untersten Punkt. Der ist auf 40, ja, 41, 42 Meter. Als ich das mal ausgetestet hatte auf der Schießbahn, da war es also so. Mit 40 habe ich noch leicht drüber geschossen auf 40 Meter. Als ich dann so 41, 42 Meter entfernt geschossen habe, also am Schießstand, ganz weit nach hinten gegangen bin. Da hat es dann auch wirklich da getroffen, wo ich hingezielt habe. Dementsprechend war die Entfernung da jetzt natürlich idealst. Und wir haben mit der Armbrust den nächsten Schuss. Also das wird eine schussreiche Woche. Aber eben jetzt nicht scorereich. Das müssen wir halt schon wieder zum Ausgleich sagen. So, in den Hals getroffen haben wir sie. So, waren wir also... Ja gut, war ein Bergaufschuss. Lunge. Aber beide, rechts und links. Und die Wirbelsäule vorne auch noch getroffen. Das heißt, sie wäre durch den Wirbelsäulentreffer, hätten wir die Lunge nicht erwischt. Oder nur einen Lungenflügel wäre sie nicht mehr ganz so weit gekommen. Wäre die Flucht kürzer ausgefallen. So war natürlich mit beiden Lungenflügeln, war dann die Luft einfach auch weg. Und sie ist direkt umgefallen. Idealfall, den ich ja versuche, möglichst immer mit jedem Schuss hinzubekommen. Hier bei den lautlosen Waffen, muss ich sagen, ne, da habe ich auch nicht immer Glück, dass sie direkt umfallen. Aber ja, vielleicht auch einfach dadurch, dass mir da ein bisschen Übung noch fehlt. Denn schließlich habe ich die Kugelwaffen schon sehr viel mehr benutzt. So, darf... Äh, nicht pfeifen. Ich wollte anhalten. Da drüben ist er schon wieder. Wir dröten mal, dass er vielleicht auch netterweise in unsere Richtung kommt. Stellen uns hier wieder vor den Baum. Antwortet er jetzt? Er bleibt zumindest stehen. Ah, ne, ich wollte das hier. Mit Entfernungsmessung. Wie ist denn die Entfernung? 44 Meter. Wäre also auch noch für die Armbrust möglich. Aber, hm, nicht wirklich ideal. Komm, du drehst noch um. Du drehst dich noch um. Denn jetzt bist du auf jeden Fall für die Armbrust auch zu weit weg. Da bleibt er nochmal stehen. Kein hoher Score. Der hat keine großen Schaufeln. Aber, ja, wenn wir Weibchen schießen, können wir auch Bullen mit kleineren Schaufeln schießen. Aber er will nicht näher kommen. Äh, falsche Waffe. Versuchen wir mal auf Distanz. Etwas drüber halten. Ja. Also, er ist zumindest down gegangen. Ob er tot ist, werden wir merken, wenn wir näher kommen. Ist so, ähm, über 40 Meter. Wenn man dann wirklich mit dem untersten Punkt, äh, noch drüber halten muss. Da verschätze ich mich sehr, sehr gerne. Aber jetzt gedacht, okay, ich halte den Punkt etwa am Rücken an. Der Pfeil kommt tiefer. Das Tier ist groß. Und dann, ja, ist doch die Chance vielleicht da, dass wir wirklich noch einen Treffer machen. Oh, und da haben wir einen Hirsch gehört. Weißwedel dort vorne. Wir dröten. Vielleicht kommt er uns ja entgegen. Wobei natürlich, ja, da ist eine Gegend, da ist auch nicht unbedingt so einfach hoch zu, äh, laufen. Von dem her kann das natürlich sein, dass der dann auch einen Bogen einschlägt. Ja, und hier unser Elch, der ist nicht mehr am Zucken. Wo haben wir denn getroffen? Na, ziemlich mittig im Körper. Hätten wir also was tiefer halten können. Haben aber wahrscheinlich beide Lungenflügel erwischt. Nein, wir, uh, wir haben sogar Herz noch. Obwohl wir hier, mehr hier oben, würde ich sagen, rein. Dann müsste also der Pfeil, ja, wir haben ja auch Schulterblatt noch. Vielleicht ist er gegen das Schulterblatt und dann hat er sich, ist er noch unten abgebrochen. Wie auch immer. Keine Ahnung. Ich finde mit dem Pfeil das so. Na, wenn man so jetzt von unten durchgeschossen hätte, hätte es natürlich funktionieren können. Egal. Erfolgreicher Abschuss und wie der Pfeil jetzt da im Körper gewandert ist, soll uns nicht weiter interessieren. Denn wir haben da ja schon den nächsten Hirschen, den wir gelockt haben. Habe ich die Armbrust nachgeladen? Äh, also gespannt. Ja, habe ich wieder. Sehr schön. Denn ihr wisst ja, ich habe kein automatisches Nachladen. Ich mache das manuell über die Taste R. Wenn ihr das auch machen wollt, geht ihr einfach Escape. Escape, Optionen, Spielinteraktion, automatisches Nachladen aus, speichern, Spiel wieder aufnehmen und dann passt das auch. Dann müsst ihr halt jedes Mal mit der R-Taste manuell nachladen, statt dass es automatisch geht. Hat aber den Vorteil, dass man nach dem Schuss noch schöner durch das Zielfernrohr hinterher schauen kann, weil eben nicht automatisch nachgeladen wird, wofür ja oftmals die Waffe abgesetzt wird. Und deswegen mag ich das halt lieber, wenn ich Vögel mit der Vorderschaft Repetierflinte schießen möchte. Also Enten, ach stimmt, Enten hatte sich auch noch jemand gewünscht. Wenn wir Enten oder wenn ich Gänse schieße, dann ist es also so, dass ich da das automatische Nachladen dann sogar einschalte. Weil für Vögel schießen ist es dann doch ein bisschen schneller als immer das manuelle Drücken. So, wir müssen jetzt vorsichtig sein, denn der könnte ja hier irgendwo theoretisch auch schon hochkommen. Zu sehen war jetzt allerdings nichts. Es kann natürlich auch sein, dass der gar nicht auf den Ruf reagiert hat. Da unten mal zwischen den Bäumen sieht man das nicht immer ganz so gut. Da nehmen wir mal das Fernglas, aber nee, da sehen wir jetzt auch nichts stehen. Auf der Seite sehen wir auch nichts ankommen. Ah, da unten. There he is. Das ist auch kein großes Geweih. Aber ja, wie gesagt, wenn wir Weibchen schießen, dann müssen wir nicht auf die Geweihgröße achten. Dann nehmen wir alles mit, was wir nehmen können. Und durch das lautlose Schießen haben wir ja halt einfach auch wirklich den Vorteil. Ah, der wäre schon nah genug. Haben wir wirklich den Vorteil, dass wir eben auch mehr schießen können. Oh, der war doch nicht so gut getroffen. Ich dachte mit 30 Meter dritter Visierpunkt. Sollte das funktionieren. So, jetzt nehme ich mir hier das Fernglas mit Entfernungsmessung. Schau dem ein bisschen hinterher. So, hier markiere ich mir mal. Das war jetzt so einer der letzten Punkte, wo ich ihn gesehen habe. Damit ich die Nachsuche hier ein bisschen leichter mir gestalten kann. Dass ich so ungefähr schon mal eine Richtung habe. Wo ist er hingerannt? Und da muss ich dann eben die Spuren weitersuchen. Das war jetzt natürlich schlecht. So, wie er weggerannt ist. Ja, entweder haben wir ihn leicht unterschossen, dass er nur einen Bruststreifschuss hat. Oder wir haben den Schädel betroffen. Dass wir am Kopf hängen geblieben sind. Oh ne, Lunge, Herz, sagt er hier an. Also Herz natürlich nicht. Aber dementsprechend wäre es noch ein Lungentreffer gewesen. Aber liegen sehen wir ihn jetzt hier auch nirgendswo. Also wir müssen auf jeden Fall suchen. Dumm gelaufen. Ja, und wenn Tiere aufschrecken, dann können die eben auch andere Tiere in der Umgebung natürlich erstmal in Alarmbereitschaft versetzen. Können dafür sorgen, dass die auch wegflüchten. Aber, ja, trotzdem ist das lautlose Schießen natürlich, ja, sorgt dafür, dass wir ein bisschen mehr durchaus erlegen können. Aber dafür natürlich, ja, schießen wir da auch, oder neige ich zumindest dazu, dass ich häufiger dann Tiere schieße, die ich vielleicht mit dem Gewehr oder mit dem Revolver jetzt nicht geschossen hätte. Eben zum Beispiel auch in der letzten Folge, da hätte ich, ja, vermutlich hätte ich den männlichen Hirschen gar nicht erwischt. Aber ich hätte natürlich dann auch nur einen Elch oder eine Weißwedelhirschkuh geschossen. Und die anderen wären durch den Knall gar nicht mehr zu uns gekommen. Also, das muss man natürlich auch beachten. Was ich natürlich auch beachte, ist die Folgenlänge. Wir sind über 16 Minuten. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und ja, morgen geht die lautlose Jagd weiter. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.